Herzlich willkommen zu einer neuen Runde aktuelle Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute mit einem mietrechtlichen Fall des BGH. Wir haben ein Haus, das steht zu 50 Prozent jeweils im Miteigentum von M und F. Eine Etage darin ist vermietet an den A seit 2014. Im Jahr 2015 überträgt der M seinen Miteigentumsanteil an die F. Der Mietvertrag bleibt dabei aber unangetastet. F ist jetzt Alleineigentümerin. 2018 kündigt die F den Mietvertrag schriftlich gegenüber dem A unter Hinweis auf § 573a BGB. Frage ist, ist diese Kündigung wirksam? Wenn wir die Wirksamkeit prüfen, schauen wir erstmal die Kündigungserklärung an. Das ist eine schriftliche Erklärung gewesen, die Schriftform ist gewahrt. Frage ist aber, ob die F berechtigt war zu kündigen und zwar alleine zu kündigen, denn ursprünglich war ja F und M gemeinsam Vermieter des Vertrags und waren deswegen auf einer Seite gemeinsam Vertragspartei. Wenn das aber so ist, dann folgt aus 351 BGB, den man im Wege der Gesamtanalogie auf alle Gestaltungsrechte ausdehnen kann, die den Vertrag als Ganzes erfassen, aus dieser Norm folgt, dass eine Gestaltungserklärung nur von beiden Parteien gemeinsam abgegeben werden kann, also von beiden Vermietern. Das ist hier nicht erfolgt. Deswegen ist die Kündigung nur wirksam, wenn die F tatsächlich im Zeitpunkt der Kündigungserklärung alleinige Vermieterin war. Wie gesagt, ursprünglich war sie es mit M zusammen. Möglicherweise ist sie aber nach 561 BGB durch die Übertragung des Miteigentumsanteils des M alleinige Vermieterin geworden. Allerdings würde 561 BGB voraussetzen, dass die F dritte ist. Das ist sie hier nicht, denn sie ist ja nicht außerhalb des Mietverhältnisses gewesen, sondern sie war von Anfang an Vermieterin und ist durch den Eigentümerwechsel nicht verändert worden in ihrer Vermieterstellung. Die Frage ist, ob sie analog 561 möglicherweise alleinige Vermieterin geworden ist. Für eine solche Analogie könnte sprechen, dass es für den M, der also jetzt nicht mehr Eigentümer des Hauses ist, sehr schwierig wäre, noch Vermieter zu sein, aber nicht mehr Eigentümer. Denn er könnte seine Gebrauchsüberlassungspflicht letztlich gar nicht erfüllen. Muss man allerdings sagen, das ist halt sein Problem. Wenn er seinen Miteigentumsanteil veräußert und nicht dafür sorgt, dass der Mietvertrag angepasst wird, dann macht er sich selbst seine Leistung unmöglich. Das ist sein Problem. Aus Sicht des Mieters A ist es allerdings auch so, dass einiges für die Analogie spricht. Denn für den A ist es besser, nur einen Vermieter zu haben, einen konkreten Ansprechpartner und nicht zwei Ansprechpartner. Denn zum Beispiel, wenn er selber kündigen will, müsste er ja auch dafür sorgen, dass er gegenüber beiden Vermietern kündigt. Das könnte für den A komplizierter sein. Das würde dafür sprechen, 566 Absatz 1 analog anzuwenden. Gegen die Analogie spricht aber ganz entscheidend, dass der 566 Absatz 1 den Zweck verfolgt, den Mieter zu schützen davor, dass er aus der Wohnung raus muss, weil ein Eigentümerwechsel stattfindet und der neue Eigentümer an den Mietvertrag nicht gebunden ist. Das ist aber hier gar nicht das Problem. Die F war von Anfang an an den Mietvertrag gebunden und deswegen gab es gar keinen Grund, die Position des Mieters jetzt noch zu stärken infolge des Eigentumswechsels. Und der Eigentumswechsel würde sich, wenn wir 566 anwenden würden, sogar zum Nachteil des A auswirken. Denn nach 566 2.2 müsste er sich entscheiden, ob er entweder kündigt oder ob er den Vermieter M verliert, der möglicherweise zahlungskräftig ist für irgendwelche Reparaturansprüche oder ähnliches, könnte der ja hilfreich sein. Deswegen können wir 566 nicht analog anwenden. Die Kündigung ist unwirksam. instand. Die Kündigung Trans Satr vendors segeriert 3 3